Kennen Sie das? Sie sind hilflos, weil Sie auf die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens einfach keine Antworten bekommen? Wir haben diese Fragen auch gehabt. Aber die Welt zu retten, das geht nicht einfach so, schnipp. Das ist ein Prozess. Aber keine Angst, diesen Weg, den müssen Sie nicht alleine gehen. Dafür sind wir ja da. In sieben Schritten werden wir verschiedene Möglichkeiten durchexerzieren, um ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie besser in dieser kaputten, schleimigen Welt bestehen. Sieben Stationen. Seven Songs to Survive. Eight Songs to Survive. Die Spurive. Bis zum nächsten Mal.